so moin moin und herzlich willkommen zurück zu god of war ja wo sind jetzt hier stehen geblieben wir müssen glaube ich wieder eine lichtbrücke zaubern ist das richtig da muss der stein rein genau wir hatten ja dieses geniale rätsel was ich dann doch noch geschafft habe weil ich einfach gut bin wir natürlich wir aber heilungstechnisch war mal war mal der hat das gar nicht gespeichert wieso hatte das nicht gespeichert nein jetzt habe ich die fresse so voll genommen ja ok kriegen wir bestimmt noch mal hin überhaupt kein problem fang mal von hier an er muss das gespeichert haben guck mal da geht ja gar nichts mehr er wird das auch locker noch mal gemacht also überhaupt kein hit aber war ja nur wollte ich was alles machen was soll ich machen was noch ein war ja schnell als ich wie bitte tja aber 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 wo ist jetzt dieser kristall hast du sehr gut gemacht junge ach ja was stimmt denn mit euch nicht mit dem hätte ich mir klemmen können Oh, der Move war neu Der Move war neu So, warte mal, komm hier rein, ja Heilung Nada Okay Gut, dann lass uns mal los Willst du den Kristall auch wieder überall mit hinnehmen? Nein, den lassen wir einfach hier Wo stecken wir ihn jetzt zuerst rein? Ich würde sagen, da hinten Nein, nicht abstellen Ach, was mach ich denn? Jetzt geht das Rätsel erst Aber das hab ich doch schon gemacht Das hab ich schon gemacht Ah, nee, nee, nee Da geht der die Tür auf Da ist der Schatz drin Also die leere Schatztruhe Nee, 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 komm Das machen wir nicht nochmal Ich bin mir ganz sicher Dass ich nach diesem Rätsel Gespeichert habe Gut, ähm Da Junge, schieß Warte mal Wie kommen wir jetzt eigentlich nach da oben? Hm Nee, Dings haben wir auch schon gemacht Die Truhe da unten Die Rom-Truhe Gut Na, lass mal los Braucht man nicht Wie ich da oben hinkomme, weiß ich nicht Ich könnte nochmal kurz gucken gehen Ich bin gleich wieder da Jetzt hab ich auch nur irgendwas übersehen Muss ich irgendwas kaputt machen? Da ist doch wieder so ein Warte mal Wieso kommt denn da so ein Zeichen? Nee, komm mal hierher Nee, warte mal Das muss von mir kommen, oder? Ja Ich kann mir das aber auch nur einbilden Dass da was ist Nee, da ist nichts Nee, da ist nichts Ah, das ist immer so ein Weiß ich nicht Weißt du, das ist, äh Ich würde da gerne hoch Aber gut, man kann wahrscheinlich nicht alles haben Ich kriege bestimmt hier unter diesem Video wieder einen netten Text von meinem Kumpel Lucky Der wird mir dann wieder sagen, wie blind ich war Und, ach, was mach ich denn? Dass ich das denn doch ganz leicht, äh, hätte sehen müssen Wie ich da hochkomme Hundertprozentig Hör! Lass mal aufhören Das ist ein Grabequäler, wa? Was war denn das? Wo bist du? Versteckt er sich da hinten? Ich glaub's nicht Ah, das kriegen wir doch hin hier Nur ein Feigling kämpft im Dunkeln Nur ein Feigling kämpft im Dunkeln Um, den wir doch hin Wir brauchen Septenten Nessun Ich glaube Wir brauchen Mist. Oh, scheiße. Ach, wir haben kein Objekt mehr. Scheiße. Ja, ich habe ein bisschen zu viel mit ihm rumgespielt. Das war nicht gut. Gut, die Heilung lasse ich mal liegen. Die auch, die werde ich brauchen. Ja, da staut es sogar. Diesmal geht es schneller. So langsam. Mann! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, genau, reingeflogen, du Flieger. Das kann ich auch Hier, guck mal Ich hab doch abgeblockt Wieso konnte er denn jetzt durch? Mistverdammter Ach, die jagt doch Heilung Mensch, warum nehm ich die denn nicht? Ja, ja Du ist dunkel hier Irgendwo hier lag noch Heilung Oh, bis er sein Schild wieder zieht Das vergeht ja ewig Also viel Zeit, meine ich Jetzt hält er mich nur noch im Dunkeln, ja Gibt's doch gar nicht Das kann doch nicht wahr sein Wie Oh, wie abartig ist der denn? Hört mich die ganze Zeit nur noch im Dunkeln, ey Was soll denn der Piss? Ich nenn das feige Damit musst du jetzt leben, nicht ich Ich nenn das feige Oh Hör mal die Fresse voll Ja, so schnell Ja, so schnell Ich nenn das feige Oh, der nervt, ey. Oh, der nervt, ey. Tief man nicht. Hm, komm mal. Der ist einfach zu schnell, der Typ. Der ist einfach zu schnell, der Typ. Das ist ein hinterhältiger Typ. Jetzt muss ich mir die andere Heilung holen. Nein. Oh, der ist, der bin schon wieder im Dunkeln. Ey, wieso ziehen diese Dunkelbomben so viel ab? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Nein. Ich habe geblockt. Ich habe das Schild vor mir gehabt. Oh, der ist doch schon wieder so. Nee. Hätte schon längst durch sein können, durch das Spiel. Sorry, Leute. Aber der sieht nicht so einfach aus, wie er aussieht. Also er ist nicht so einfach, wie er aussieht. Er ist so schnell und seine scheiß dunkle Attacken, die machen echt Damage. Oh, mein Move dauert zu lange, ey. Oh, mein Move dauert zu lange, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Oh, mein Move dauert zu lange. Oh, mein meid! Oh, mein Wies, du bist jaig! Wasst du also? Oh, mein Wies. das muss ich lassen, zweimal brauche ich nicht angreifen, das bringt nichts hast du gesehen, oder? hast kommen sehen? das brauche ich gar nicht versuchen es lässt mich schon wieder im dunkeln stehen ich weiß nicht, ich weiß nicht Na? Alter! Ich kann den nicht blocken! Ist das normal? Nicht beschirmen! Erst mal meine Heilung! Ich muss meine Heilung nehmen! Wo ist sie? So! Mir geht es besser! Ey, dieser Move ist so gefährlich von ihm! Du komm mal, für dich habe ich mir noch was Schönes im Petto! Das war die Heilung! Ich komme jetzt! Schau lieber ab! Ich habe ihn! Das hat er gesagt! Es war ein schwerer Fehler. Runenbeschwörung. Beschwört ein Spektralwolf, der sich dreimal auf Gegner stürzt. Ich kann jemanden beschwören? Das Spiel wird mir sympathisch. Sie haben eine Runenbeschwörung erhalten. Runenbeschwörungen können im Waffenmenü am Clownbogen ausgerüstet werden. Halten sie 4 gedrückt, um Runenbeschwörung zu aktivieren. Nice! Zorn des Wolfs. Ach so was. Na ja, klar, warum nicht? Das kostet aber ganz schön zum Verbessern. Haben wir den Falschen geholfen? Wir haben gerade den König der Dunkelalben getötet, der uns die ganze Zeit schikaniert hat. Ich dachte, ich hätte ein gutes Gefühl dabei, aber kurz bevor er starb, sagte er, die Lichtalben seien die Bösen. Ob das wahr ist? Was ist, wenn wir die ganze Zeit gegen die Guten gekämpft haben? Die Lichtalben scheinen nicht böse zu sein, aber wenn sie wirklich diejenigen sind, die diesen Krieg angefangen haben, haben die Dunkelelben sich vielleicht nur verteidigt? so verwöhnt. Ich glaube, ich verstehe, wieso Vater sich nicht einmischen wollte. Aber das werde ich ihm nicht sagen. Ich... Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Der wird ja richtig... Der wird ja richtig hier... hier, äh... frech. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Junge, lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ja, aber das stimmt gerade aus. Du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Aber du weißt ganz genau, worauf wir ihn ausfilmen. Na schön. Na, der Junge hat recht. Aber wie gesagt, ich kann mir Kratos immer noch nicht als Vater vorstellen. Also, und... Außerdem hat er seine Frau verloren. Ich meine, das ist natürlich auch... Aber dafür kann der Bengel natürlich nichts. Und... Ach, das ist so verzwickt. Leute, ich mache hier einen Break. Das ist mir zu viel. So. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr wisst ja, ne, wie ihr mich ein bisschen unterstützen könnt. Daumen nach oben, kommentieren. Und wer es noch nicht gemacht hat, abonnieren. Kommen noch so geile Sachen. Ja, würde mich freuen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.